Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge bin ich hier ein bisschen chaotisch durchgegangen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nichts gefunden, wie wir jetzt hier weiterkommen. Also ich habe vieles probiert, nichts gefunden. Ich wollte mich ein bisschen versuchen, oben an dem Ziel zu orientieren, was wir haben. Nur immer, wenn ich hier reingehe, springt das Ziel auch wieder auf die Seite. Deswegen behaupte ich mal einfach, gehen wir jetzt noch mal zurück, weil ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist hier eine komplette Sackgasse. Ähm, wir kamen von hier aus. Das haben wir, glaube ich, selber dahingestellt, damit wir da rüber konnten. Konnte man hier noch irgendwo hin? Ne, das war nur diese Sackgasse quasi, ne? Weil es kann doch nicht sein, dass wir hier, obwohl jetzt wird es schon wieder länger. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Moment, hier ist es. Leuchtet was grün. Hilfe. Waren wir jetzt hier schon mal? Da ist auch noch ein C, sehe ich gerade. Das ist eine verfluchte Maske. Kleiner. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich dachte eigentlich, von hier sind wir gewonnen. Uh, was ist das denn? Was, was, was? Feuerwelt, wie? Hallo? Welche Feuerwelt? Moment, hier komme ich jetzt aber... Ach so, das war auch gar nicht der Weg zurück. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, dass wir von hier aus kamen. Können wir hier hochklettern? Ja, können wir. Also hier ist hier ist ein C, aber ich bin ganz ehrlich, ähm... Ich weiß jetzt auch gar nicht, wozu das Ganze gehört und so, deswegen... Äh, ich komme hier gar nicht rum. Ach so, links. Moment, was ist das? Was ist das? Okay. Äh, und jetzt kann ich das irgendwie kaputt hauen oder so? Nee, jetzt zeigt er mir an, dass ich springen kann. Da, ich hoffe, er erkennt uns noch. Nein! Ist das... Oh, nee, ne? Was ist denn hier? Kleiner! Nein! Kannst du das nicht lesen? Kannst du da... Nee, ach so, ja, da musste ich ja so Steine suchen. Ah, ja, 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 ja. Ähm, ich bin gerade erst mal überwältigt. Das wäre jetzt überhaupt den Weg, äh, vermutlich richtig gefunden haben. Da ist so ein Ding. Moment. Oh, Gott. Ich habe jetzt gedacht, das ist eine dumme Idee und das wäre wahrscheinlich... Oder dass ich dann wahrscheinlich die Folge nochmal komplett gar nicht aufnehme. Weil das dann sowieso nicht funktioniert. Ja, jetzt. Junge. Wer das wohl geschrieben hat? Egal, wer es geschrieben hat, auf jeden Fall ist es jetzt weg. So. Ähm, wahrscheinlich werden wir den aber nochmal benutzen können müssen, sollen, wollen, wie auch immer. Wie geht es dir, Chiaoli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chiaoli. Ach ja, der Kleine hat ja Wahnvorstellungen. Haben wir ja schon gesagt. Ähm, okay. Da hinten ist noch was. Sei bereit! Oh, wo drauf? Was? Oh. 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 Nein, 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 nein. Nein. Ich bin erreicht. Aber ich nicht. Nein, nein, nein. Das gefällt mir sehr gut, Kleiner. Der nächste. Will noch einer was auf die Fresse haben hier. Ja. Haha. Oh. Äh, hallo? Aber frisst uns nicht bitte, okay? Ja, ist gut. Ähm, lass uns aber vorher nochmal kurz hier gucken, Kleiner. Kannst du das lesen? Ja, Vater. Tot dem Rabengott. Fürst der Gehenkten. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Also, ich meine, ich würde schon gerne erst... Hier ist noch eine Schatztruhe. Oh, ich hab's geworfen. Ich bin noch nicht so weit. Doch, bist du. Bist du. Hallo? Jetzt noch? Ausweichen. Ich bin bereit. Haben wir jetzt alles hier? Hallo? Oh, ich wollte doch nur mal gucken, was da in der Truhe drin ist. Mein Gott. Ehrlich? Die ist verschlossen. Was soll das? Durch Runenmagie. Mach irgendwas. Schieß da drauf. Keine Ahnung. Ach, was heißt durch Runenmagie? Die hat doch gar keine Runen hier drin. Äh. Oder kann ich mir eventuell bei der Hexe, wenn sie wieder da ist, ich weiß es ja nicht, ähm, diese Magie holen, damit ich das machen kann? Achso, das ist der. Ich wollte gerade sagen... Oh, was ist da? Kleiner, hilf mir mal. Hallo? Das ist gut. Welcher Sandschale? Ach der, kann ich hier einfach runter? Nee, natürlich nicht. Wäre ja zu einfach, ne? Okay, dann laufen wir wieder zurück. Was ist das? Oh ja. Ach, die kann man kaputt machen. Da oben habe ich auch was. Ich bin auch gerade... Ich bin hier... Ich bin hier gerade völlig daneben. Aber das bin ich ja irgendwie immer. Kann ich hier irgendwas machen, ne? Okay. Ja, wir machen erstmal die Sache mit der Windschale, würde ich sagen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher... Was ist das denn hier? Achso, das ist abgebrochen. Okay, ich dachte schon... Was knurrt der uns hier eigentlich immer so an? So, geh du mal zur Schale. Los, lauf schneller. Ja, das sagtest du bereits. Ja. Könnte man so nennen, ne? Beschwürt einen Spektralhirsch. Uh. Der fast gar keinen Schaden macht. Schade. Was macht der denn dann? Bei Runen, ja toll. Erhöht die Dauer und Reichwirke... Äh, Reich... Ne, Moment, das hat... Beschwürt einen, der beim Laufen zerstörerische Energie entlädt. Okay. Ja, ich denke mal trotzdem, dass die Wölfe am besten sind. Was ist das? XP? XP sind immer gut, denke ich mal. Heilen? Glaube ich, können wir uns auch noch her, genau. Also, ich würde sagen, bevor wir nach oben gehen, vielleicht finden wir die Hexe und vielleicht kann die uns ja irgendwas geben oder so, dass wir die grünen Liga machen. Weil, soweit ich mich erinnere, konnten wir das bisher noch nicht. Vater, sie ist hier. Wo? Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh. Kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Juna. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon? Zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner, glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Ach, das ist Wasser. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimia, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Sieht gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet's auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimia frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist deine Göttin. Einst Anführerin der Warnung, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Gern geschehen. Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge? Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich dein Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tirs Tempel im See der Neuen und ich bring euch wie versprochen nach Jüten hin. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt. Man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungam würde lassen sich tolle Unterhaltung führen. Also, ist das jetzt euer Ernst, dass wir da... Ach nee, Moment. Durch die Tür kamen wir, glaube ich, nicht durch. Und die war doch irgendwie blockiert oder so, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Auf jeden Fall bin ich jetzt zum einen erleichtert, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Ich habe echt gedacht, ich müsste jetzt hier komplett rumlaufen und dann das Ganze cutten, weil ich halt nichts erreiche. Das hat zumindest schon mal geklappt. Zum restlichen Teil kann ich nur sagen, Wiedersehen macht Freude in doppelter Art. Auf doppelte Weise. Oder in dem Fall vielleicht auch nicht. Also, ja, man weiß es nicht so genau. Äh, da ist unser Boot. Das ist schon mal sehr schön. Was rüchtet denn hier so? Das geht nur so aus. Zum Horn der Schlange. Zum Horn der Schlange? Wieso Horn? Zum Kopf der Schlange hätte ich jetzt verstanden. Warum hat Freya dich angespuckt? Nein. Erzähl von Balder. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Balder ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Eher nicht, fürchte ich. Balder ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Was leuchtet denn da die ganzen darin Boden? Gut, aber wir werden es wahrscheinlich nicht herausfinden. Was, 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 was? Was zeigst du mir denn da die ganze Zeit? Kleiner. Wolltest du mir da was zeigen? Hm. Egal. Wir... Äh, wieso ist das jetzt so weit weg? Ich dachte, wir sollten nur zu Schlangen. Perfekt. Legt in der Nähe der Brücke an. Äh, kleiner... äh, kleiner sage ich schon. Kopf, die Schlange ist da hinten. Gut, in der Nähe der Brücke soll man anlegen. Also hier irgendwo, denke ich mal. Konnte man da rechts auch anlegen. Warum hat Freya dich eigentlich angespuckt? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Genug. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ja, dann bleiben wir einfach hier stehen. Kopf, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Ja, das Horn! Ich lasse es mal so stehen. Okay, ich gucke schon die ganze Zeit, ob hier irgendwelche Gegner sind. Es wäre nur schön, wenn ich das benutzen könnte. Hallo? Hallo? Ah, halt! Stopp! Wobei das kein Horn war, was ich jetzt gerade benutzt habe, aber egal. Jetzt halte meine Lippen an das Horn. Das ist aber ein großes Horn. Das geht hier komplett rum. Sag mal. So, tut mir leid, aber der hat mich gerade genervt. Warum tut sie das? Odin errichtete diese Störte zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut. Wollte sie sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein, uns kümmert nur Jötenheim. Also gut, wünscht mir Glück. Ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnerst. Ich schreibe dich nicht. Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. F.E.U. F.E.U. Interessant. Was ist? Ist nichts Richtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenruhne lernen, die die Reise nach Jöttingheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr werdet Freunde von Odin. Verzeiht. Ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal. Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Welten, Thürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Ja, ich habe gar keine Angst gehabt neben diesem riesigen Kopf, wo alleine schon das Nasenloch mich hätte verschlingen können. Ach, da ist sie wieder. Hallo. Du bist doch ganz freundlich, oder? Okay. Ja. Müssen wir jetzt nochmal drücken? Ich denke, weil wir sind sehr hoch. Ja, ich finde es aber ehrlich gesagt sehr, sehr traurig. Da sind schon wieder Fische, die hier da drauf liegen. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr traurig, dass wir jetzt so mit der Hexe auseinander gegangen sind. Ich habe gedacht, die kann uns irgendwie helfen. Was ist denn eigentlich hier mit den Pfeilen? Moment, blau. Okay, also sie hat nur die Pfeile ausgetauscht, aber nicht die Fähigkeit. Gut. Da hinten sollen wir anscheinend nicht hin, sondern wir sollen nach da, so wie es aussieht. Kann ich hier irgendwas sehen? Ich wollte eigentlich oft, genau, auf die Ziele gehen. Nehm ihr Anweisungen zum Meißel folgen? Ja, also da wird nicht wirklich viel gesagt. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich denke mal, dass der Teil, der jetzt kommt, noch etwas länger dauert, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, jetzt wo es noch ruhig ist. Ich befürchte nämlich irgendwie, dass es gleich nicht mehr so ruhig sein wird, weil wir haben schon etwas, ach wie süß im Hintergrund, was ist das denn für ein kleiner Molch? Ich weiß auch, der springt jetzt gleich auf den Kleinen und frisst den auf oder so. Oh, er geht kaputt. Och, der Kleine hat super Kräfte. Der hat einfach so diesen kleinen Molch da kaputt gemacht. Das ist mein Sohn. Ja, also, Spaß beiseite. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und ich habe irgendwie ein Gefühl, dass jetzt gleich irgendwas Böses kommt. Deswegen, ja, will ich erstmal meine Kräfte wieder sammeln und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.